Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted mit, äh ne nicht Most Wanted, äh Rebels, mit meiner Facecam. Ja, der Livio ist auch dabei, wie ihr schon gehört habt. Ich fahr mal mal herunter. Ich fahr mal herunter. Wir haben übelst lange gebraucht, bis wir hier in den Server zusammengekommen sind. Das war wirklich viel Arbeit und ja, das hatten wir auch nach oben verdient. Ja, aber sie ist echt ein bisschen komisch, blöd gewesen, komm. Ja, dann cheers mal, sonst verlieren wir uns wieder. Im Normalfall läuft dein Mustang schneller. Ja, er läuft auch schneller, aber ich kann, wow. Ich kann nicht, alter Verwalter, ich kann nicht mehr bremsen, wenn ich 300 v. Jetzt cheers mal, ich habe einen Crash gemacht. Fahr ja schon gar nicht mehr. Ja. So, da habe ich schon. Warte noch schnell. Da gibt es einen Jump. Wo? Ui! Hier! Ui! Oh! Ui! Fahrzeugschaden kritisch. Ich gehe schon ein... Ja! So, nächste Werkstatt aussuchen. Oh Gott! Ich fahr gerade durch Felder. Toll! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo bist du? Irgendwo hinter dir. Ich suche gerade irgendwo eine... Da... Da... Weiter vorne hat es eine... Ok... Wo bist du? Jetzt! Hinter dir! Oh shit! Ey, nicht pressen, ich bin gleich im Arsch! Oh Gott! Oh Gott! Mein Kampf eröffnest! Uiuiui Fahrzeuggeschehen extrem kritisch Bist du wieder gecrashed? Nee, noch nicht, zum Glück Uiui, hier kommt die Polizei Eieieieiei Bist du gerade hinter mir? Nee, vor dir Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer Soll alle Einheiten eingreifen 1-6-6 schließt sich an Da kommt die Polizei, das macht kein Samurai Aaaaah, heizt Und erwischt, weil ich total Schaden hab Jetzt kommen sie alle hinter mir her Ja Oder auch nicht Uiuiui Doch, jetzt kommen sie hinter mich Neiiiiiin Na, wie ihr seht Hab ich jetzt gerade irgendwelche Sony Kopfhörer an Oh Mann Ich hasse es, das liegt am Lenkrad Weil das gleichzeitig auch noch eingesteckt ist Ja, geh in diese Seite Oh ne, doch, fahr mal so weiter Alles so weiter Einfach ein paar Bulentis abhängen Und den nachher in den Versteck Was auch gleich da vorne sein wird Jep Und da komm ich jetzt raus Ich geh da schnell noch rein Alter, im Moment hab ich grad nicht so viel Geld Ja, ich auch, mit Aufnahme In 4K Ich auch, mit Aufnahme in Full HD Ich fahr mal in diese Richtung Mal schauen, ob ich dich bitte So, gehen wir da mal rein In welchem Versteck bist du jetzt? In einem Bei mir in der Nähe Weiß ich nicht, das seh ich erst Sobald ich drinne bin Das ladet immer so schön langsam Und ähm Boah, wie schnell man hier fahren kann Und Polizei Hier kann man ja übelst schnell fahren Und da ist auch schon wieder So, ist dein Vater ein Schwester Ja, äh Ja, ich kann die Aufnahme nicht mehr fortsetzen Weil ich nicht rendern kann Wieso? Weil dabei sonst nur Scheiße rauskommt Ganz einfach Okay, dann mach ich weiter Ich lad halt einfach das hoch Was ich hab Fahr du einfach nur noch geradeaus Dann Sehen wir uns bald Okay Oder ich nehm weiter auf Und lad das als zweites Teil hoch Ja, dann lad das als zweites Teil hoch Okay Ja, hier bin ich wieder auf Teil 2 Ich kann leider nicht rendern Das hört ihr aber in Einz Gameplay Genau Das war ein Crash Oh, eben Komm ich hier wieder raus Verdammt Ich komm hier nicht mehr raus Oh ne, echt jetzt? Was? Es regnet, ja Ja Verstärkung ist unterwegs Steckt aber im Stau Melde mich soweit angeht Oh, komm schon Ja, jetzt kann die Polizei von mir aus kommen Sie kommt sowieso nicht zu mir rein Ich bin eingefangen Ich bin gefangen Ich wurde eingezeugt Mann Komm Ich fahr hier nur auf dem Gras Und das macht bumm Und das macht bumm Ich mach mal total schön Vielleicht komme ich dann irgendwie wieder raus. Hoffentlich. Meistens nicht, nein. Mann! Hol mal die Polizei zu mir, die soll mich... Ja, jetzt komme ich wieder durch! Schade, ist das nicht wie in TDU oder so, Mann? So. In TDU ist es leider nicht so leicht zu driften wie Need for Speed. Was habe ich denn gemacht? Ich bin nur gedriftet und dann hatte ich total schon. Geil. Ah, hier kann ich keine Verfolgungstechnologien verwenden. Oh, yes. Oh nein. Ah, scheiß Bullen. Oh, Mann. Ich komme nicht mehr raus. Okay, kann man mal machen. Oh, meine Bremsen glühen schon. Oh, ich glühe auch gleich. Fahrzeugschaden kritisch. Ja, nein. Fahrzeugschaden kritisch. Ja. Entkommen. Ja, komm mal zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hole mir mal ein bisschen Polizei hierher. Dann habe ich festgenommen, das finde ich gut. Oh, dann bin ich wieder draußen. Noch habe ich keine Polizei mehr dran. Oh, dann hole sie. Nein. Ja, dann komm mal zu mir. Dann siehst du, wie ich angespannt bin. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Oh, jetzt habe ich sie schon wieder hinter mir. Oh, das finde ich gut. Ich, nicht weniger. Hallo. Tja. Oh, du wirst, wie ich bin. Tja. Wann die Polizei hierher? Tja. Tja. Also, das ist nicht mehr lustig. Ja, ich höre Polizei. Oh, da hinten ist sie. Mit jemandem mit Level 2. Topfen, Topfen. Komm schon, Poli... Oh, ne, wieso bleibt die Polizei denn nicht bei mir? Weil du nicht fährst. Oh, da kommt die Polizei. Mach, ei, ei, ei. Oh nein, hier kann man... Schau. Und... Ja. Yes. Ich bin so lustig, dass du hier nicht reinkommst. Behaftung und... Juhu, ich wurde erwischt. Oh, du freust dich da noch drüber? Ja, ich freue mich drüber, dann wird das Let's Play nicht mehr so langweilig. Dann schaut lieber meins an. Hey. Wo bist'n du? Alter, komm mal weiter. ich such dich da hinten vor einfach mal auf der straße weiter ich komme dann mal aus dem versteck raus ich hab ein übelst bock auf lenker zieht gar nicht so schlecht aber er ist nicht allzu schnell aber er ist eh gut und zwar gar nicht mal so schlecht alter visier Ja Moin, ey! Was? Man, du hast mich geschockt Geschockt, immobilisiert Ich bin nur noch reif Von mir auch, gell Oh Oh nee, da war ein schöner Jump und ich war total schaden Jo, wahrscheinlich Den drehe ich noch mal um, ich habe zwar den Jump schon tausendmal gemacht Ich will den mal machen Oh 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 Quietsch, quietsch Hier hat es nämlich auch noch ein paar lustige Sachen Ok Quietsch, 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 ja ich bin schon unterwegs, das machen wir noch quietsch Ich warte mal kurz vor der Abzweigung Ich warte mal kurz vor der Abzweigung Ein bisschen Anlauf nehmen Ein bisschen Anlauf nehmen Hast du? Ich nehme Anlauf Ok Go Oh Hui Oh Was war denn das? So ein Minijump aber das ist ganz cool Hui Alter Idiot Wer? Hey was hast du hier gelegt? Ah so eine Mine für die Bullen Du hast mich fast damit erwischt Die 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 Ah so ein bisschen Nur wahrscheinlich jetzt kommen sie auf mich los Die 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 Komm lad 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 und Feuer Alter Wie 2 300 400 400 Nein Er hat mich getroffen Was 400 Der Fast 400 Gefahren Oh Total Schaden Komm schon Oh Gott Du 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 In der Schweiz ist das Post-Auto-Einbus, ein richtig geiler Bus, da darf man sogar Döner essen, da darf man sogar Döner essen, darf man bei uns auch. Ich habe extra nachgefragt, man darf Döner im Bus essen. So, ich denke das war es dann auch mal mit dem kleinen Let's Play von Need for Speed Revals. Bei hier klein, bei mir normal. Bei mir in zwei Teile, haha. Oh Mensch, EMP! Also, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal und was sagst du? Ja, tschüss. Okay, wir hoffen es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann lässt doch ein Abo und ein Like da. Ja, dann würde ich mal sagen tschüss, bis zur nächsten Folge von Need for Speed, das ist... Mach mal kurz, rechts rum, dann ist es hier unten. Also, bei mir, tschüss. Glaub ich. Und wir hier. Okay, tschüss. Also, es wird scheidung kritisch. Also, es wird scheidung kritisch. Also, es wird scheidung kritisch. Wir gucken mal kurz, es wird scheidung kritisch. Ich gehe das. Vielen Dank.